Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie ISU Advanced Non-Spot. Willkommen auf dem Eis, please welcome representing the Czech Republic Team Cometa. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in die Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Wir setzen uns in den Betkampf mit der Kategorie. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das Team Cometa Advanced Novice erleigerte mit ihrer Kür 69,40 Punkte. The Team Cometa Advanced Novice has earned with their free skate 69,40 points. Thanks.